Guten Morgen, es ist Montag, 7 Uhr früh und ich weiß, wir sind alle müde und trotzdem müssen wir wieder losstarten. Und damit das leichter fällt, habe ich für euch einen kleinen Witz, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Warum kaufen blinde Menschen beim Bäcker so gerne Polizieren mit Sesam obendrauf? Wegen der coolen Kurzgeschichten. Der Montagswitz. Das war's für heute, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Erzählt diesen Witz euren Freunden, eurer Familie, eurem Arbeitskollegen. Und ich verspreche euch, ihr werdet mit dem Lächeln in die Woche starten. Danke und bis nächsten Montag beim Montagswitz.